Ja, liebe Leute, zwei Jäger haben im Wirtshaus fachgesimpelt über Fernglasen, wo das beste Fernglas ist. Da hat er gesagt, also es geht nichts über deutsche Wertarbeit, sei es, es ist eine Qualität, ist noch etwas teuriger, aber es ist einfach Qualität. Hat der andere gesagt, nein, finde ich nicht. Es gibt ausländische Marken, wie zum Beispiel TASCO. TASCO ist ein ausländischer Artikel, ist zwar vielleicht nicht ganz so exakt, ist billiger, aber hat einen gleichen Effekt, ist genauso gut, sagt der andere. Das ist nicht wahr, sei es, ist es beste. Sagt der andere wieder, jetzt pass ich mal auf, ein Beispiel. Ich habe gestern mit TASCO bei dir ins Schlaffensterzimmer reingeschaut und da habe ich genau gesehen, was du mit deiner Frau drin hast. So, von der Sixtus, Sixtus, heisst der TASCO, heisst Xinto Starfrau, meinies.